Und was mir aufgefallen ist bei der Analyse, ist, dass die Situation gar nicht so anders ist, als vor dem Ersten Weltkrieg. Und lass uns doch mal gleich mit einsteigen. Wie relevant wäre ein Krieg? Nehmen wir doch mal das Beispiel Deutschland. Für mich schockierende Zahlen. Weil im Ersten Weltkrieg wurden fast alle wesentlichen Börsen, vor allem Berlin, vom Handel ausgesetzt. Vier Jahre lang ging das so. Die erste Grafik zeigt euch genau, was dann passiert ist. Exklusiver Bonus für alle Zuseher dieses Kanals. Erhalten Sie das Buch Die größten Gefahren für Vermögen gratis. Link unter dem Video.